Ich lieb dich, Lena. Ich lieb dich auch. Sag mal, du und Lena, seid ihr jetzt immer noch so richtig eng? Nein. Ich behalte mich, ja? Kannst du mir vertrauen. Was geht denn da ab, bitte hier und Tim? Lena hat's krass nötig, oder? Na klar, ungefickt, 16 sucht. Ich hab keinen Führerschein. Lena, ey! Ich stress mich nicht, okay? Lena ist so ne Bitch, ey. Total eifersüchtig. Nur weil sie nix abkriegt, macht sie dir jetzt alles kaputt. Lena, was geht mit der ab? Krass, sie glaubt. Okay, schick ihr den Link. Viel Spaß, Lena. Reicht, oder? Kleiner Bonus für ne besondere Reise. Ich lasse mich! Lena! Was habt ihr gemacht? Hey, du hängst da genauso drin wie ich, ja? Du hast mit diesem Scheiß angefangen. Mann, du bist so krass, ey.